Creme Brouillet esse ich für mein Leben gern. Aber seitdem ich das weiß, lasse ich das weg. Was hat Insulinresistenz und ein beschleunigter Alterungsprozess, was hat das miteinander zu tun, Frau Brassler? Eine ganze Menge. Im Grunde genommen ist das der Faktor, der uns alt werden lässt, alt aussehen lässt. Diese ungünstigen Verbindungen nennen sich AGS, Advanced Glycation End Products. Das heißt, Zucker reagiert im Körper, karamellisiert unser Gewebe, karamellisiert unsere Blutgefäße. Und das ist gerade der Zucker aus der Milch. Sodass ich diese AGS vor allen Dingen auch in einfache Milch habe, in Käse habe, gegrillter Käse, ist ein Booster für Alterung.